Das grosse Tafelbraten mit Midi und Ghi, präsentiert von Chocolat-Freud! So, heute reden wir mal über, äh, sagen wir mal Ghi, muss das sein da unten. Ja, Midi, das muss sein. Weisst du, der Lärm stört gerade ein bisschen. Ich bin am reden mit den Leuten. Was machst du eigentlich da unten? Ich mache eigentlich Schocki. Ja, aber was für Schocki? Kann ich denke nicht sagen. Aber wenn du es bis jetzt noch nicht gecheckt hast, checkst du es wahrscheinlich nicht mehr. Hey, kannst du mal aufhören, es ist gerade fertig. Okay.